Und das ist einfach so weitergeführt worden, denke ich mal. Und ich, das geht, plus es ist eine Abkürzung einfach. Für? Hotelmanager. Achso, jetzt kann ich nicht sagen, weil Sie immer so durch die Gänge flitzen. Und wie viele Crewmitglieder im Griff haben? Im Hotelbereich ca. 80 von 125, total. Diese Frau zeichnet sich auch nicht aus, dass sie sehr flexibel agiert. Was Frauen ja auch nicht tun, aber bei ihr ist es ganz speziell, weil sie an der Hanseatik des Öfteren ja ganz außergewöhnliche Dinge vollbringen muss. Zum Beispiel ja, ein Barbecue auf einer Eisscholle. Nach welchen Kriterien wählt man sich die Eisscholle aus? Stopp, wir machen sie ein bisschen kleiner. Bitte ohne Eisbär oder wie? Nein, bitte ohne Barbecue. Ne, wir zelisieren, also wenn sich eine Scholle anbietet.